Okay. Bin ich da rein? Muss ja wohl. Mal sehen, ob der für Fern- oder Nahkämpfer gut ist. Dann sieht man ihn... Fliegendes Biest? Alter. Wenn der fliegt, ist wirklich Kari jetzt die beste Wahl. Ernsthaft? Sei vorsichtig, Zvineta. Drahn scheint manipuliert zu werden. Drahn musst du... Dann musst du ihn besiegen. Riech den Zauber mit deiner Macht. Okay. Drahn. Götterbiest Drahn. Können wir hier den Gefährten wechseln? Dramatik. Gehen wir den Fliegel mit dem Weg. Woh! 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 Was muss ich jetzt? Ich muss wirklich mit Gefährten Hantieren Und esst mal Käse genau Wie viel Energie hat der denn eigentlich? Das sieht man ja gar nicht Okay Aber man merkt schon Man muss mit beiden spielen Okay Meine Waffe muss ich schon mal reparieren Wir haben zwei Leistungspulver Könnte ich den Gradius wirklich gut verbessern? Was lasse ich noch? Na komm Gefährten So Ich darf nicht zu nah stehen Komm her Ach verdammt Alter Nein Halbe geil zurücklassen Will ich aber auch nicht Ah Mann Riecht mich gerade auf Ich versuch's mal Ach komm schon Mann Ja Jaaah! Oh, okay. So viel dazu. Alter, das Vieh ist einfach nur scheiße. Sorry, aber... What the fuck? Noch ein bisschen stärker machen hier. So, die Waffe hat doch bestimmt hier irgendwas drin. Ja, Geschwindigkeit plus 3 und so weiter. Angriff plus 1 wäre auch nicht so schlecht. Okay, rüsten wir auf. Toll. Fischiger wird's nicht mehr. Okay. Welche Attribute müsste ich denn noch verbessern? Kälte, Donner, Wind. Für diese Waffe. Zumindest Donner. Okay, dann... Nehmen wir doch Donner. Aufrüsten. Boah, ist immer noch... Ist immer noch zu... Zu wenig. Das könnte man noch... Haben wir noch irgendwas Fischiges? Also für den jetzigen Gegner wäre Himmelsstürmer nicht schlecht. Was brauchen wir bei dir Waffen nicht wirklich? Okay, versuchen wir's. Nochmal. Und diesmal machen wir ein Platt... Oh, what the fuck ist das ein Vieh, ey. Dass der mit einem Angriff einen schon fast umbringt. Ich denke mal, das macht er aber nicht, wenn man sich an die Strategie hält. Nur das ganze Charakterwechsel ist scheiße. Besonders, weil der Charakter noch Durst hat. Ja, komm, kämpf. Götterbeest dran. Ist doch nicht so schwer. Ja. Habe ich nicht gerade gewechselt? Und jetzt schlage ich einfach nochmal zu. Und jetzt schlage ich nicht, wenn ihr eine Strategie hört. Und jetzt schlage ich wirklich genau. Habe ich nicht so schwer? Aber es ist einfach... Ich versuche euch das auch. Ich lasse, dass ein Stück. Also, das war nicht so schwer. Und wenn da's das Streit. Also, das war nicht so schwer. Aber das war nicht so kann. Und da, als W CF hast du das. Und da, als ich mich gewechselt. Und das war nicht so schwer. Mehr etwas, dass du jetzt den Tag. Und da hab ich überzeugt. Also, dass du nie gehst. Und da mein Fall ist das, was nicht so schwer. Alter! Ja, man... Jawohl, jetzt. Ah! Das ganze neue Anvisieren nervt auch. Wie viel Energie hat der Pisser eigentlich? So. Warten wir wieder, bis der sich auf uns zu lenkt. Strategie ist eigentlich einfach, nur Schaden sieht so wenig aus. Das ist nicht schön. Alter! Wann musste er sich auf uns setzen? Dran! Alter, willst du nicht fahren? Na komm. Na los! Komm auf mich zu! Ich hab ihn noch erwischt. Ich frag mich nur, wirklich, wie oft. Ah! Der ist so nervig. Hat das so schlau ist, vor ihm zu stehen? Alter! So. Ich geb dem erstmal ein Gegenstand. Erhöht maximalen Wert der Durstanzeige. Oh! Fischgebäck. Taris Essen. Verbessert eure Abwehr. Ah, okay. Ach, komm! Ganz ehrlich, komischer Bossfight. Alter. So, jetzt muss ich noch warten, bis der Bock hat. Auf mich loszustürmen. Na? Das Problem ist... Ich muss ja auch noch... Schnell sein. Boah, der Typ. Für einen Boss hält der mir viel zu viel aus. Ich glaube, in dem Moment hätte ich schon eigentlich mehr Schaden machen müssen. Oh, der wollte schon... Der wollte schon eine Feuerattacke starten. Ich war Hochschild. Ich bin ein Mann. Das ist es gut. Hier soll ich... Geh! Nichts, nur.